Und den Warnungen vor den kosmetischen Reisen ein Spezifikationspapier Sensibilität als Checkliste bereit. Das ist eine Liste, die ich auch noch mit den angrenzenden Disziplinen abgleiche, dass wir hier auch wieder mit der Bündeltechnik schauen, wie weit das da Übereinstimmungen bestehen oder wo wir auf wichtige Unterschiede dann stossen und vielleicht da noch Weiterentwicklungen dann auch bei anderen anstoßen können und Rückmeldungen auf unser eigenes Differenz. Das sind ganz wichtige Klärungen, aber es ist immer auch Arbeit, dass sich auch jemand anders dann wirklich darauf einlassen will und einsteigt auf dieses für uns ganz wichtige Thema. Dass Wirklichkeit bzw. Illusion am Schluss nur durch den materiellen Beweis haben erkannt, respektive auseinandergehalten werden können, und dies auch bei einer Schwere von massiven körperlichen Phänomenen, zeigt, dass man sich persönlich und als Kultur in dem, was materiell nicht beweisbar ist, sehr, sehr täuschen kann und dass diejenigen, die uns über materiell entfernte Sachverhalte informieren, namentlich die Journalistinnen und Journalisten, aber auch andere, die mit materiell nicht beweisbar umgehen müssen, und da denke ich sehr eben auch an unsere Richterinnen und Richter, die nicht immer nur materiell Beweisendes vorliegend haben, sondern da gibt es vielfach eben auch um Zeugenaussagen, oder? Dann mit diesem ganzen Sumpf, oder? Von möglichen Täuschungen, von Gefangenheiten, von Beziehungen, die da bestehen. Die müssen wirklich ganz sauber sein, oder wie sie methodisch auch die Dinge angehen, es ist mir ein grosses Anliegen. Leider müssen wir auf negative Beispiele auch in der Schweiz hinweisen, dann tut mir wirklich weh. Ich glaube, da müssen wir, ich hoffe, dass wir da einen Schritt weiter kommen, auch mit einer Informationsoffensive, die dann auch ein bisschen später dann noch kommt. Es ist auch ein laufendes Verfahren und ich möchte da nicht jetzt vorgreifen. Da geht es natürlich dann auch um die Psychiatrie, die sich da angedient hat, der Gesellschaft, und sind ja diejenigen, die dann die schwierigen, psychisch schwierigen Probleme für die Gesellschaft lösen müssten, bis zur Gerichtspsychiatrie. Wir haben da auch einschlägige Aussagen von Frank Urbaniok, ganz wichtig, wie es da falsch läuft in der Gerichtspsychiatrie. Also nicht überall, es gibt sicher auch Dinge, die gut laufen, aber da muss jetzt wirklich auch einmal substanziell dort das aufgearbeitet werden, wo Frank Urbaniok wissenschaftlich korrekt den Finger drauf hält. Sonst bleibt das eine Schmutzdisziplin, oder? Wer will denn heute schon Psychiatrie studieren in der Schweiz, oder? Deshalb haben wir dort sehr viele, die gerne in der Schweiz arbeiten, kommen, das ist auch okay, aber die Psychiatrie halt so ist derart marode, oder? Es ist wirklich Schmutz, oder? Also auch nicht alle, Entschuldigung, oder? Aber die Disziplin ist verdorben, und die Erfolge, die sie vorweisen können, das ist mehr oder weniger ein krankes Chemiewesen dort, oder? Man muss sich einfach einmal vor Augen halten, wenn Bauingenieure auf die gleiche Weise kutschieren würden wie Psychiater, die wären im Knast. Schlimm, oder? Und dann werden dann noch fremd-anamnestische Einkünfte eingeholt, oder? Das heisst, die schauen dann, die fragen dann das Umfeld eines Symptomträgers ab. Und, oder? Das sind Schauermärchen, oder? Die heute noch weiterleben, oder? Ja, und diesbezüglich bieten natürlich die Fake News und die Verschwörungstheorien der letzten Jahre beregt Anschauungsunterricht. Ja, ein ganz wichtiges Kapitel wird dann eine halbe Stunde etwa geben, und die Tabellen mit den vergleichenden Nachbardisziplinen auch, muss ich Ihnen dann noch nachliefern. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, und ich freue mich immer sehr auf Rückmeldungen, auch kritischer Art sehr gerne. Mailen Sie mir oder rufen Sie mir an. Ich arbeite Rückmeldungen ohne sie explizit auch zu erwähnen, laufend auch in die Produktion ein. Alles gut, okay? Ja, ich freue mich. Vielen Dank.